moin und willkommen zurück zu einer neuen runde sanke land wir haben ja angefangen hier auf dem wasser unsere base zu bauen müssen jetzt natürlich so nach und nach gucken was und wie wir das jetzt zu machen und immer hier unten hat man denn hier unten nur holz hier unten ist glaube ich nur lager das sollte vielleicht doch so bleiben dann bauen wir hier oben bei gelegenheit unsere anderen klamotten nennen ich bin echt gerade am gucken die kiste vielleicht dahin die kiste vielleicht dahin hier unten gehören mal kurz das holz wenn ich entnehmen so hatten wir das zeug nicht mitgenommen ich packe jetzt erstmal alles hier rüber in der hoffnung das behalten wir mal so dass wir ein bisschen mehr platz haben und nachher das zeug alles mitzunehmen ich würde sagen das lassen wir erst mal drinnen oder beschließen so und dann hüpfen wir mal ins boot dann fahren wir noch mal auf die insel zurück da würde ich nämlich definitiv gerne mal die restlichen sachen holen dann das holz nachher wenn wir alles abgebaut haben dann hüpfen wir jetzt mal hier rein und gucken ok genau obwohl das brauchen alles glaube ich nicht hemd hose ja ich glaube wir haben auf jeden fall nachher einiges noch mit zu nehmen ok ja müssen wir einfach mitnehmen so und jetzt haben wir natürlich hier ist nicht alles mit wir müssen doch noch mal zurück durch verkündeten ok die brauchen wir finden ich weiß nicht ob wir sie brauchen aber ja der umzug braucht ein wenig zeit das merke ich jetzt selber nicht farbe in antur ok dann hat man noch zwei plötzlich vorher versucht einfach mal noch ein paar teile mitzunehmen wir haben es da schon wieder 13 uhr das ist ja obwohl wir werden ähnlich fischen dann werde ich das einfach mal rausschmeißen oder angeln besser gesagt so nehmen wir das mit weil ich werde gleich ein paar häuschen hinsetzen obwohl ich weiß gar nicht kann ich die überhaupt setzen ich glaube ich kann sie noch nicht setzen dann werden wir mal bei gelegenheit jetzt gucken dass wir da noch ein bisschen größer bauen und vielleicht auch mal ein bisschen mehr unterkunft bauen größer bauen gucken auch mit fallen oder sowas was geht erst mal hinein dann hoch oder falsche seite oh gott da hätte ich jetzt noch eine truhe so ich stelle mal vielleicht erst mal hierhin schmeißen alles rein was da ist wo ist mein wasseraufbereiter jetzt schmeißen wir haben kein holz dabei das ist schlecht die brauchen vielleicht den rest schmeißen wir erstmal alles hier rüber und sortieren müssen wir dann nachher schnell so das problem ist wir kommen heute wieder nicht zum luten wenn er so weiter geht auch falscher platz dahin aber mir jetzt gerade eher wichtiger dass wir die base abbauen alles rüber team und und dort anfangen weiter zu machen ich weiß nicht ist dass die neue große insel ich habe keine ahnung und das problem ist ja die komischen in geborenen piraten was auch immer nicht fackel so wissen leider nachher wo wir sind ok so dann habe ich jetzt den fehler gemacht haben wir überhaupt das ding gebaut ich glaube nicht naja gehört 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 auch zehn holz und ein seil super jetzt nervt mich jetzt schon wieder das ist und wir haben die sachen rübergebracht mal kurz hier sorry so und das machen auf kurz das seil haben auf jeden fall das kann wieder rüber das geht hier hin doch jetzt eigentlich müsste das doch jetzt funktionieren das zu bauen so vier um jetzt den ums herzustellen das wäre ja wohl noch kommen wir haben sogar mehr dann nehmen wir nämlich nicht das sondern das kriegen zwar nicht mehr viel holz zurück aber es ist noch ein bisschen was und ich finde das ist besser wie gar nichts wir nehmen das dann Hm. Oh Leute hier, so. Warum muss ich jetzt ewig zweimal, ah, okay. So, das haben wir jetzt auch. Ähm, da haben wir noch eine, hm. Äppeln, so. Wir gucken noch ein bisschen nach Holz kurz, bevor wir wieder fahren. Da ist noch Essen. Ja. Mhm, 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 mhm. So, haben wir jetzt hier noch. Holz irgendwo. Sieht nicht so aus, ne. Kein Holzmänner, dann würde ich sagen, ob Erzbeeren aber dafür. Dann würde ich sagen, fahren wir jetzt zurück. Und ja, es ist schon wieder, was haben wir denn? Oh, 17 Uhr, das ist schon wieder langsam abend. Hm. Wir fahren zurück. So, das Ding jetzt erstmal auf jeden Fall hier hin. Ja, holzplanken sollen da rein, das ja. Warte mal, wir sollten erstmal, ach Quatsch, so hinzufügen. Ähm, erstmal hoch. Wieder gucken, dass wir hier Neubasteln, ähm. Ich würde nämlich das Ding jetzt, äh, hier als Essens-Trinken-Kiste nehmen. Vor allen Dingen dann das ganze Zeug da auch wirklich, ups, hochpacken. So, wir müssen sortieren, vier, fünf, das ist Kräutermedizin, die kommt hier unten hin. So, das Ding lassen wir jetzt. Ich brauche die Eimer, wunderbar. Das hier sind Erdbeeren-Samen, das sind Samen, das ist übrigens noch zum Essen. Hm, da rüber. Keine Ahnung. Ähm. Fünf und sechs, ja, das funktioniert irgendwie so nicht, ich weiß auch noch nicht. Oh. Da rein. Da rein. Also. Ja, zumindest schon mal drei rein. Ups. Ja, ähm. Gut. Reicht noch nicht. Dann jetzt noch zweimal. Mhm, mhm, mhm. Mhm. So, das noch mal rein und das da noch mal rein. Sollte vielleicht helfen. Essen nehmen, Essen hinzufügen. Ach so, Moment. Hm. Da hätten wir noch ein bisschen was. So. Das Teil kann auch erstmal hier rüber. Die passe ich jetzt erstmal hier unten rein. Ähm. Das Holz geht nach unten, das bleibt auf jeden Fall gleich hier. Das brauche ich auch nicht mehr. Das kommt da rüber. So. Obwohl, warte mal, das kann, glaube ich, hier bleiben, dann nehmen wir das lieber rüber. So. Ähm. Das auch rüber. Dann gucken wir jetzt, dass wir da noch ein Holzlager hinbauen könnten. Da. Also, erstmal. So, wunderschön. Ähm. Weiß ich gar nicht, brauchen wir da oben noch irgendwas drin? Oh ja. Ähm. Auf jeden Fall ganz viel Wasser. Und wir können noch zweimal Wasser gebrochen. So, dann jetzt auch rein, zu. Ähm, so. So. Wie gesagt, hier packen wir jetzt erstmal die Einmal mit rein. Wir müssen auf jeden Fall nachher. Das Ding kann eigentlich auch da bleiben. Da haben wir noch eine Holztruhe. Ich packe es erstmal da rein. Ähm. Jo, das sehe ich schon. Da kommen Feinde. Sag mal ernsthaft. Das ist wieder das, was ich gar nicht verstehe, ne? Dass die hier einfach so reinkommen. Auch diese Dame wieder. Wow. Wo kommen die her? Äh, das ist doch... Mann. So, auf jeden Fall haben wir sie jetzt alle mal hier fertig gemacht. Was ist zwar auch wieder, Kai, ich weiß es nicht, ey, das ist doch... Ähm. Vor allen Dingen das Schlimmste finde ich halt wirklich, dass die immer wieder es schaffen, hier in die Hütte rein zu hüpfen. Ähm. Finde ich jetzt persönlich nicht so toll, aber okay. Ähm. Ähm. Da. Die Muscheln da rüber. Das Teil... Massakern vielleicht auch erstmal rüber. Holzkohle da rein. Das da rüber. Das auf jeden Fall. Darüber, sehr schön. So, dann... Gucken wir gleich... Ähm... Wir hatten natürlich noch ein bisschen Eisen. Oder Schrott. So, dann würde ich natürlich jetzt gerne anfangen... Bauen. 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 Ja, schön, dass ich da runterfalle. So. Ja, okay. Ich glaube, wir haben keinen Schrott mehr. Es ist sehr schlecht, aber okay. Ähm. Ach so, da nehmen wir die Pilze runter, das da rein. Ich weiß noch nicht, seit wann... Ich weiß noch nicht, seit wann Pilze... Egal. Hunger, Energie, so. Wasser trinken... Läuft auch. Wir essen... Wir essen... Erstmal... Hunger plus 30, Gesundheit plus 20, 10, keine Ahnung. So. Mh... 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 Wunderbar. Mh... 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 das sammen kurz wenigstens ein bisschen was sortieren obwohl wir könnten das auch so machen so gut wir haben ich würde tatsächlich sagen wir gehen sogar noch mal schnell wasser holen ich sage ja eigentlich lohnt sich höre schließen und sowas gar nicht weil irgendwie die viecher trotzdem dadurch kommen das ist ganz ganz komisch aber okay ich war immer hier lang circa 43 oder so wenn auch immer ich den freigelegt hatte jetzt glaube ich nicht hier oder ich hoffe zumindest irgendwann warte was ist denn hier mit dem kann ich nicht kann ich auch noch nicht wir müssten auf jeden fall vielleicht mal ein forschungstisch bauen und ich habe gerade mal geguckt siehst du guck mal alles gut wo ich jetzt hier irgendwas mache erst mal gucken hi keine hei da anscheinend aber ich glaube die fische brauchen wir auch ne das ding brauche ich natürlich mit dem teppich das problem ist metallschrott findet man mittlerweile irgendwie ohne ende aber alles andere habe ich so leichte probleme mit ich weiß auch noch nicht genau da scheint nichts mehr drin zu sein jetzt was okay da ist mein boot wir haben noch ganz viel platz irgendwie das ist auch sehr sehr merkwürdig was wir da auf jeden fall haben ist ein boot boot ein auto polizier waren wir vielleicht fliegen wir machen wir vielleicht mal hier hallo f okay ganz viel ja was ist ganz viel nicht aber doch zumindest ein bisschen was an munition brauchen wir jetzt nur die passenden waffen für ach du kacke es fällt mir jetzt erst auf ich war doch auch man ich habe doch gar nichts ausgeräumt hier dort 20 ok das dann das dann das dann nochmal das bleibt hier das können hier bleiben das auch da ist eigentlich irgendwas jetzt runter so dann müssen wir mal gucken ich würde sagen wir gehen sogar noch mal hier brauchen wir gerade nicht glaube ich die muscheln haben wir hier drin keine ahnung ob da noch mehr drin war das problem ist gerade echt bei 2 c ja ganz zu oft nein brauche ich auch nicht weg damit so hier nochmal kurz nein da ist nix gut da wäre noch dreimal schrott einmal tisch oder so keine ahnung wir gehen aber jetzt hier nochmal rein hier gucken wir nochmal hier das kümmer geworden das auch okay ach keine ahnung ich glaube wir sollten mal kurz hoch drei plätze haben wir noch ja sorry aber die hole ich mir jetzt mit schrott so dann haben wir den schrott und jetzt haben wir auch nur noch einen platz okay na okay okay wir sind voll also mal voll das bötchen ist voll wir brauchen dringendsten ja dann bauen wir jetzt erst mal hier nehmen wir brauchen ich muss jetzt erst mal hier bauen 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 ja das machen wir gleich aber jetzt bauen wir erst mal hier und so dass jetzt gucken wir nun dass wir hier ihn noch mitnehmen müssen wir gleich gucken auch scheiße das ist ja auch schon wieder doof wir brauchen ja hier dringend so damit ich zumindest nicht immer reinfall dazu hüpfen wir jetzt mal hier rein und dann machen wir jetzt als erstes die forschungsstation wo ist ja ich würde ich sogar sagen bauen wir direkt neben das bett oder und dann können wir nämlich das bauen obwohl das kann man auch schon bauen guckst du eine was heißt bauen aber erforschen wir brauchen eine seile herstellen so und den rest würde ich sogar sagen ein panzerband dann können wir das bauen bauen das nämlich der nächsten folge schon mal weil ich habe gerade gesehen die zeit ist auch schon wieder um ich hoffe natürlich ist alles gefallen dann lasst mir gerne einen daumen da wenn ihr keine weiteren folgen verpassen wollt lasst mir gerne ein abo da ansonsten sehen wir uns in der nächsten folge wieder bis dahin bleibt gesund ich sage erstmal ciao der falle so